Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Ein Blinder und ein Rollifahrer sind zusammen im Museum. Sagt der Rollifahrer zum Blinden. Komm, geh mal weiter. Sagt die Blinde. Nein, ich will noch schauen. Das war der Montagswitz für diese Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Nehmt ihn mit, erzählt ihm euren Freunden. Habt Spaß damit. Und wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr nächste Woche wieder dabei. Danke. Baba.